Set! Pferde, Pferde, guck mal, da bin ich bei euch auf euch abgeschüttet. Das geht dann immer bei uns, weil bei euch auf Frankfurt, Alter, halt vor der Frankfurter Firma BMW, Alter, geil, Alter. Ist das mal, Alter? Beziehungsprinz von uns. Beste Jahrgang. Schönst von uns, wie auch die Kommande. Die coole, die coole ist ja, du hast ja nicht nur die Benz, du hast ja den Training dazu, die Leder, ich habe, Kümmikrasche, alles von mir, die Spiegel und die Pferde und die Fuchsschmerzen. Das ist super, Alter. Und die Perle und die Perle. Und die Manteletten, Alter. Lässt ihr die Tür verglasen, kann doch mal seine Manteletten bei den Fahrzeugen. Alter hier. Ey, du musst da reinpissen. Wenn du da bist, deine Manteletten, dann sitzt nicht wie nichts, dann die Jungs vor Staling Gretoso immer. Jani, wir haben nicht viel verloren, Alter. Die Jungs. Ey, wir haben nicht viel verloren. Alter, heute wird alles gepustet. Klausi. 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 Du Klausi. Und Klausi haben auch Smartfahne trank. Ey, wer hat die? Das haben wir uns zur Staling gerade auch gemacht. Klausi. Ey, dann nehme ich hier nur noch 50 Mal, und hier den Eisschaber, und ein paar Kalkumis. Und hier alles nicht mehr. Und den Eisschaber. Und den Eisschaber. Ey, du noch eine Cola. Hey, komm, hier bei Eis essen, Klausi. Schon ganz warm, okay. Komm das jetzt hier an. Bagger sie fahren, ey. Ja, dann. Ich so. Die nächste aus jetzt durch. Dann starte ich bei mir im Bals. Und dann. Du mit dem. Ey, wir tun schon. Hast du gebetet. Liebst du wieder die Gurke aus? Ja, pass auf. Mir wird deine Frau wieder eine Gurke bestellen. Ja, ey. Ja, ey. Du extra Gurke. Ey, Mann. Ey, Mann. Ey, Mann. Ey, ey, ey. Ist ja auch jeder arbeitsloser. Kann man hier so sagen. Ich fahre aber alle im Bals. Ja, ja. Wenn man so. Wahrscheinlich da wird sich den Polacken-Tango hier direkt neben mir rüber. Schön da, ey. Wie vorwärts die Spieler. Schön in den Autocorso mit 30. Mercedes hier. Genau, da liegt ja der Punkt. Die Mucke rät hier auf dem Anschlag. Überlegst du immer. Schöne Zappwurfer. Immer Yippie. Yeah. Schön vorne bei McDonalds. Rennen über der Brücke nach Polackenland. Du. Hey, versteh mal. Versteh mal. Ganz normal bei uns im Funk. Hör mal. Hör mal. Das geht doch gar nicht anders. Sag ich immer. Hä? Ganz normal bei uns im Funk. So. So. Was wollen die Arne? Ganz normal bei uns. Wir klatschen alle weg. Ist ja immer fuß der Funk, ey. Ey, die Zippe halten und reichen. Aber dafür reicht radikal. Wir kämpfen auch für sich. Jetzt sag mal, wer sonst eine Flanke und ein linkes Juden packt. Ey, ey. Sollts verschwinden, ey. Ich weiß, sorry. Wenn die Juden vor... Machen wir uns das Arne vor die Juden vor. Sorry. Und die Judenbrücke. Ja, hier. Von der Judenrutsche. Ja. Hier in Frankfurt ist immer nicht nur etwas. Sondern so mach. Ballerst du hier so. Du musst es ja mal gerade machen. Nichts mit dir sorry. Sondern mach jetzt. Ich ballerst du hier so. Ich bin der King und King, ey. Ja, dann kriegst du mir gleich mal den Links-Rechts-Krombo. Tagessuppe, du. Da ist der Kinderrat, kommt nicht am Bauch. Ey, wenn ich du wär, würde ich lachen durch die Kreise. Ey, jetzt gehen wir jetzt mal den Gän. Ich bin der Kinderraten und ich bin der, der für die Knie. Geh jetzt einfach mal. Welcher superpower? Wer will das denn vessen? Ich bin der? Jetzt bin ich die Bischofs-Suppe, ich bin der, der für die Knie. Ich bin der, der für die Knie. Ich bin der, der für die Knie mehr nicht. Ich bin der, der für die Knie. Ich bin der, der für die Knie. Eberschenken! Fährst du vorbei mit Annabelle drin? Annabelle, warte! Das sind die Juden! Das ist doch mal Annabelle! Wir sind gleich über die Kreuzung, wie bei 8 Bay. Pass die Wumme, woher? Geh aus dem Auto und drive by! Das ganz normal wird zu Frankfurt, drive by! Mit Patschi, aber... Mit Patschi, aber... Mit der Airbs, mit der Airbs, kannste drive... Klaus dir Auto, schlägst ihn um im Auto Möchtest du mich an hier? Wir haben Katschi hier! So, ey, da ist... Das ist doch mal die Juden, das ist doch mal die Juden, die ich hier ausbringen wollte! Schmettert die Weide! Fühlt noch mit guter Tremlitz! Katschi, und dann geht's los! Wo ist die Dose heute in Linsen, und dann geht's auch ab dir! Und jetzt mit den Katschi und den Zwillinge! Werden wir jetzt die Spar und die Linsen, und dann ist gut! Jungen haben nichts zu suchen in Frankfurt! Ey, ey! Ist doch mal! Bei uns in Frankfurt ganz normal Juden... Raus! Haben da nichts zu suchen in den Weggezicke hier, oder? Judensautos... Da werden die Scheiben eingebaut, von einem Müller im Haum getreten! Und probiert die Fahnen anzuzünden! Ja, geht's doch mal in Frankfurt! Guck mal! Ey, die sind wir in Frankfurt! Hier! Die Asozialen Frankfurt! Ist doch nur Quatsch da eben! Alle Medikatschi! Ey, du weißt mal den Pyrlin! So kannst du los, ne? Soja, soja! Long Island! Long Island! Long Island! Long Island! A Blueberry Cab! Ein schöner Jörg Kahn! Schön! Schön! Lansker! Lansker! Hier hört immer Lansker, wa? Lansk! Lansk! Ja, weil... Verrechtete... Verrechtete... Deutsche Lübby! Germanen Lübby! Scheiße! Alemarnia! Ich bin Alemarnia! Viola, du ist schon sehr leer zu können! Ey, der Dicke ist... Scheiße! So eine Scheiße! Ey, aber... Versteh mal! Das ist ganz normal bei uns! Ey, wir sind Frankfurt, ey! Was willst du erzählen? Das ist ganz normal bei uns, wenn du kommst nach Frankfurt in deinem Stil genauso! Das ist ja von normal! Und dann nachher... Leck mir im Arsch! Scheiße, Berliner! Hier, wenn die Berliner kommen, ja? Wird's dann ja raussteifen! Ey, wenn die Berliner! Mach hier! Von seinen Pumpels! Ja! Jungs! Mal letztens mit der Berliner in Leverkusen! Schön, Mann! Schön, Mann! Ja, schön, ihr macht so die Berliner als Erbär und wenn ihr... Fickt euch! Fickt euch! Ja, ey! Kommt ihr Berliner Wichser hier! Juden im Säcki hier! An der Frankfurt, ey, Alter! Ja, Frankfurt kommt hinter hier! Hacken! Hat euch nichts zu suchen hier in Frankfurt mit eurem linken Säcki hier? Hey, scheiß Berlin! Hey! Ich bin Berlin hier! Wollen wir nur mal kurz zusammenfassen? Ihr habt einen Benz! Hört mal nebenbei! Hey, hey! De Perle ist ja jetzt in Ordnung! Hehehe! 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 Du bist auch so! In Frankfurt er sei der Ass! Nee, warum denn? De Perle ist ja in Ordnung! Der Perle ist so dufte! Er ist ein Type! Super Type! Super Type! Du bist urtschau! Schau bist du! Ey, was ist die Knocke der Type? Ich bin ja eher so schnaffte! 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 Ja, außer... ... zur Knocke! 3.33, Alter! So! 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 Ist doch ne... So!